Es gibt drei Speicherkartenformen, die bei aktuellen Kameras zum Einsatz kommen. Kompakt Flash, SD-Kart, MicroSD-Kart und XQD-Karten. Die verbreitetste ist die Secure Digital Speicherkarte oder kurz SD-Speicherkarte. Die gab es aufgrund ihrer Technologie zunächst nur bis maximal 2 GB Speicherkapazität. Mit zunehmender Megapixelzahl und immer höher aufgelösten Videos war diese Speichergröße zu gering. Deshalb wurde vor einigen Jahren die SD-HC entwickelt. Mit gleicher Bauform, aber mehr Kapazität. Das HC steht für High Capacity und das reichte dann bis 32 GB Speicherplatz aus. Nochmals erweitert wurde der SD-Standard dann zur SD-XC. XC steht für Extended Capacity. Diese kann theoretisch eine Speicherkapazität von bis zu 2 TB haben, aber so große Speicherkarten gibt es heute noch nicht. Auf dieser Technologie basieren auch die winzigen MicroSD-Speicherkarten. Die vor allem in Smartphones, Tablets und in Actioncams eingesetzt werden. Es gibt aber auch einige wenige Fotokameras, die direkt nur einen MicroSD-Steckplatz haben. Praktisch ist, dass du generell eine MicroSD-Karte auch in einem SD-Kartenadapter wie eine normale SD-Karte betreiben kannst. Wenn du eine relativ neue Kamera hast, die SD-Karten verwendet, dann kannst du dir sicher sein, dass die Kamera neben den klassischen SD-Karten auch SD-HC und SD-XC mit höheren Kapazitäten verwenden kann. Mehr als auf die Speichergröße solltest du auf die Geschwindigkeit der Karte achten. Besonders dann, wenn du hochauflösende Videos machen möchtest. In der Bedienungsanleitung deiner Kamera steht, welche Klasse deine Speicherkarte haben muss, damit sie Videos aufzeichnen kann. Bei Full-HD-Aufnahmen sollte die Geschwindigkeit der Karte mindestens 10 MB pro Sekunde erreichen. Dies entspricht einer sogenannten Class-10-Karte. 4K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde benötigen locker 30 MB pro Sekunde. Um diese Geschwindigkeiten zu erreichen, wurden zwei recht neue Ultra-High-Speed-Standards, kurz UHS-1 und UHS-II, geschaffen. UHS-1-Karten erlauben Speichergeschwindigkeiten von 12 bis 104 MB pro Sekunde. UHS-II-Speicherkarten haben neben den normalen Anschlüssen eine weitere Reihe Kontakte und erreichen 156 bis 312 MB pro Sekunde. Um die hohe Geschwindigkeit der UHS-II-Karten zu verwenden, muss aber natürlich die Kamera einen Steckplatz haben, der ebenfalls diese zusätzlichen Kontakte hat. Das ist nur bei einigen teuren Profikameras der Fall. Wenn deine Kamera dir anzeigt, dass die Speicherkarte schreibgeschützt ist, dann überprüfe den kleinen Sicherheitsschalter an der Speicherkarte selber. Bei einigen digitalen Spiegelreflex-Kameras kommt immer noch die schon seit der Anfangszeit der Digitalfotografie erhältliche Kompakt-Flash-Karte zum Einsatz. Auch bei diesen kurz CF-Karten genannten Karten musst du auf die Geschwindigkeit der Karte achten, wenn du Serienbilder oder Videos aufzeichnen willst. Bei CF-Karten werden die Geschwindigkeiten oft mit Bezeichnungen wie 150-fach ausgedrückt. Dies bedeutet, dass eine solche Speicherkarte 150 mal so schnell Daten transferiert wie ein CD-ROM-Laufwerk. Die durchschnittliche Datentransferrate bei einem solchen Laufwerk ist 150 KB pro Sekunde. Du multiplizierst also 150 KB pro Sekunde mit dem, was auf der Karte vermerkt ist und erhältst die Datentransferrate der Speicherkarte. Eine noch neue und bislang sehr wenig verbreitete Speicherkartenart ist die XQD-Speicherkarte. Einige wenige Profikameras haben solche Steckplätze und bieten damit eine extrem hohe Datenübertragungsrate und Speicherkapazität. Die Speichergeschwindigkeit hängt bei diesen Karten davon ab, wie viele Lanes zur Speicherung zur Verfügung stehen. Eine schnelle Speicherkarte kann auch die Datenübertragung der Bilder und Videos in den PC beschleunigen. Dafür brauchst du aber normalerweise immer auch ein USB-Kartenlesegerät, denn die USB-Schnittstellen der Kameras sind, bis auf weniger Ausnahmen, USB 2 und entsprechend langsam. Genauso langsam, weil auch mit USB 2-Technik sind in der Regel Speicherkartensteckplätze, die in Notebookcomputern oder Desktop-PCs eingebaut sind. Wenn du die volle Geschwindigkeit haben willst, kannst du für wenige Euros ein USB 3-Kartenlesegerät kaufen und an einen USB 3-Port anschließen.